take two hallo liebe leute schön dass du da bist die antwort dieses video ist über die unterschied unterschied zwischen meinen lebens in den usa und hier ich war in den usa letzten monat oder vorletzter monat für zwei wochen meine mit meiner eltern besuchen und das ist warum habe ich jetzt mein leben in den usa und jetzt mein leben hier in deutschland they're both fresh on my mind die erste thing war reusable bags wenn du einkaufen gehst in den usa vielleicht in california das ich glaube in california das ist ein großer ding aber in chicago glaube ich nicht aber wenn du hier in deutschland wird jeden lader hat reusable bags oder tut er keine ahnung was das ist auf deutsch reusable außer einer lade walmart in chicago die mann sagt zu mir ja musst du zehn cent für dieses tute zahlen oh habe ich ein neuer bier hoffmark hell das ist sehr lecker sehr sehr lecker prost wenn ein lade mag das so hoffentlich mehr mag das so aber ich erinnere meine schwiegermutter weil in florida war vier jahre vorher wir beim public lebensmittel shop und die frau macht ein zwei oder drei sachen in einer tüte plastiktüte und das haben wir ehrlich so 15 tüte oder so im einkaufswagen und meine schwiegermutter habe ich gesehen sie mag das oh oh und dann sie sagt bitte stop 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 und die frau was what did i do wrong so habe ich ein bisschen übersetzt das ja das ist zu viele tüte bitte wir brauchen nicht mehr und diese ende zwei wochen haben wir 50 oder und der machen recycling aber trotzdem das ist plastik und i hate plastic the second thing that i believe das ist ein unterschied zwischen meinem leben in den usa und hier ist dass in mein auto in den usa habe habe ich viele sachen viele dinge ja regenschirm und so aber wenn du wohnst in den usa ja auch in chicago du musst meistens fahrt jeder everywhere ja weil es ist so weit weg von mein freundshaus zu mein kauf oder mein freundshaus bis mein elternshaus bis zu mein haus das ist sehr weit weg aber jetzt mache ich am zug oder mit mein fahrrad dann muss ich mit die zug oder mein fahrrad nimmt mit mir viele dinge zuerst mein regenschirm ja und oben ein kapper weil mein mein kopf bisschen kalt ist und dritte mein geldbeutel aber das kommt mit was wir auf den usa sagen auf englisch coin purse und das ist nicht gut wenn du kein mutter haben weil wenn du einkauf gehen musst du mutter oder kleine dinge bums für die 1 kauf einkaufswagen ja der hat also chains der connect sowie alle in den usa so das musst du auch haben ich mag das in meinen schultertaschen nummer drei und das ist ehrlich so das ist eine große dinge für mich small talk vorher ich rede mit alle keiner ist das das für mich war ja lustig von ja das habe ich am straße hallo im chicago hey hallo wie geht es ist das ein guter restaurant aber hier wenn ich zuerst war ja das mache ich immer hallo 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 aber jetzt habe ich einen amerikanischen freund immer wenn ich in die straat war und habe ich diese frau gesehen und sagt hallo und für mich jetzt das ist gut genug weil ich weiß dass frau nicht und ja hallo guten tag tschüss gut genug so mein vater sagt zu mir wenn wir mein alter besuchen letzten monat dass er sagt du bist european heißt und meine frau sagt nein nein er ist german heißt und das glaube ich das glaube ich weil jetzt habe ich keine lust mehr zum small talk machen mit du absolut und für mich auf englisch sagen wir i have the gift of gab so das ist für mich komisch dass jetzt denke ich ja sagt hallo sagt guten tag sagt tschüss gut genug die vierte ding ich habe dieses von diana und phil das ist mein lieblings youtube kanal die only channel i watch with another american if you don't know that i have fully adopted the german bakery culture und das ich verstehe hundert prozent diana hundert prozent weil im morgens machen wir manchmal wenn ich zur arbeit gehen butter pretzel oder pretzel oder brötchen oder aber für mich bakery culture nach dem mittagessen kaffee und gucken zeit meine gute ich erinnere meine großmutter von holland von niederland mag das und meine älter meine tante und onkels auch von niederland mag das immer so an aber nur am sonntag mit die große familie am sonntag aber ich mag das nicht jeden tag aber definitiv am wochenende samstag und sonntag muss ich bis 14 15 uhr eine pause machen und kaffee und kuchen haben auch für mich meistens kaffee und kinkse kleine kinkse oder so weil bin ich nicht so süßigkeit fahren und die letzte was heißt das auf deutsch keine ahnung aber auf englisch quality of life was ist das ich glaube das auch sagt dass work life balance meine ich ja so wenn ich denke zurück an mein lebens in den usa arbeitsleben sind in den usa ich ich denke immer an meine neffe wenn er war fünf glaube ich fünf jahre alt und er hat einen geburtstag feiern gesagt zu meiner meine schwester ja ja komme ich komme ich komme ich und sie sie fragt mir und was hast du für eine geschenk gemacht gekauft so wie kleiner teddy bär sie sagt ja okay aber du weißt er ist neun jahre alt ja habe ich gedacht er war fünf oder sechs weil ich war arbeiten von sieben am morgen sieben bis abends sieben und dann zurück daheim morgen die gleiche und das heißt ich habe glaube ich das war dreieinhalb jahren verloren komplett verloren aber jetzt habe ich drei verschiedene arbeit hier in deutschland gemacht und alles ist glaube ich die haben eine bessere outlook oder bessere plan für work life balance das heißt für mich hier in deutschland das kann ich eine sehr gute work life balance machen das ist sehr wichtig für mich so hoffentlich das war ein bisschen lustig für dich für sie ich tue mir leid dass ich immer du sagst aber sie sind freundin alles ok ja wenn ich glücklich hier in mein neues lebens in deutschland das meine ich überall meine ich das wenn ich sehr glücklich hier mit meiner frau mit mein schwiegermutter und so und ja meine freundin das ist und auch mit dir vielen dank für dieses video was hast schon geil zu mir geschrieben zum dieses video anschaut anschauen auch schade du weißt was ich meine und bitte ich hoffe für für alles eine sehr gute wochenende bis nächste woche tschüss